Hallo Ali und herzlich willkommen. Heute werde ich mal mein Cajun Gewürz einsetzen. Ich werde Drumsticks damit einreiben, werde die dann auf dem Outdoor Chef Gasgrill schön gar werden lassen. Ich werde das indirekt grillen. Dazu gibt es dann noch ein paar Ofenkartoffeln und einen schönen Löffel Tzatziki. Ja, für das heutige Gericht sind die Zutaten recht übersichtlich. Zum einen sind hier diese fünf Hähnchenkeulen, Schliegel oder Drumsticks oder auch wie auch immer man dazu sagen mag. Dann habe ich hier hinten mein selbstgemachtes Cajun Gewürz. Das ist ein bisschen scharf oder ganz gut scharf sogar. Dann habe ich hier noch Drillinge. Diesmal sind das welche von der Sorte Prinzess. Und als Beilage dann noch mal ein bisschen Tzatziki. Das ist schon ein fertiges Produkt, aber das schmeckt sehr lecker und das kann man ruhig mal nehmen. Ja, dann werde ich erstmal anfangen mir die Hähnchenkeulen zu marinieren. Dafür lege ich mir jetzt schon mal die Keulchen hier noch so ein bisschen anders hin, dass das hier ein bisschen besser reinpasst. So, und dann kommt hier von meinem Gewürz, von meinem Cajun Gewürz. Das Video ist auch auf meinem Kanal zu finden. Ich werde das nochmal verlinken. Ja, das mache ich einfach jetzt hier erstmal so trocken rüber. So, auf jeder Seite zwei, drei Teelöffel, sodass überall so ein bisschen was dran ist. So, das Ganze dann nochmal drehen. Und auch auf dieser Seite nochmal so zwei, drei Teelöffel vom Gewürz rüber streuen. So, das dürfte jetzt erstmal reichen. Jetzt gebe ich dann hier noch ein paar Spritzer von meinem neutralen Rapsöl drauf. Jetzt nochmal drehen und auf der Seite nochmal ein bisschen einölen. Und dann das Ganze nochmal so schön, die Gewürze nochmal so ein bisschen einarbeiten, so ein bisschen reindrücken ins Fleisch, dass auch wirklich überall gut was dran ist. Ja, und dann kommt das Ganze erstmal so für, ja, drei, vier Stunden kann man das ruhig im Kühlschrank machen. Und es kann auch mal ein bisschen länger sein, aber nicht zu lange. Also, ich putze jetzt nicht über Nacht einlegen. So, jetzt ist überall schön was dran. Überall ein bisschen einmassiert. Und jetzt kommt eine Folie rüber und dann geht es ab in den Kühlschrank. Ja, es sind ungefähr vier Stunden jetzt vergangen. Ich habe jetzt hier schon mal angefangen, die Kartöffelchen zu schneiden. Die kommen jetzt gleich auf den Grill, den habe ich schon angeheizt. Ja, die können dann erstmal so ein Viertelstündchen, noch bevor ich das Hähnchen auflege, auf den Grill ein bisschen ziehen. So, da gebe ich jetzt auch vom Gewürz dazu, vom Cajun. Ja, das wird auch schön würzig. So, anderthalb Teelöffel gebe ich jetzt hier bei dieser Menge dazu. Und dann nochmal ein bisschen was vom Rapsöl. Das nochmal einmal durchheben. Dass auch überall so ein bisschen was rankommt vom Öl und auch von den Gewürzen. Ja, und dann kann das auch schon raus auf den Grill. Jetzt sind die Kartoffeln also 15 Minuten ungefähr auf dem Grill hier schon. Der steht jetzt mal auf volle Pulle, der große Brenner. Ja, ein bisschen durchgerührt. Jetzt können auch die Hähnchen keulen da drauf. So, ja und jetzt stelle ich den Grill etwas kleiner. Da ist noch eine Menge Hitze drin. Und mache das erstmal zu und dann gucke ich mal so nach 5 Minuten, wie so aussehen und drehe sie dann schon das erste Mal. Jetzt sind 5 Minuten vergangen. Jetzt drehe ich die Keulchen das erste Mal. Und auch die Kartoffeln rühre ich nochmal durch. Und dann wieder den Deckel drauf. Jetzt sind also gute 15 Minuten vergangen. Jetzt ist alles soweit fertig. Das kann jetzt hier schon mal reingebracht werden. Dann kann jetzt angerichtet werden. Ich gebe dafür 2 Keulchen auf den Teller. Oder Drumsticks. Ja gut, so sollte das nicht sein. Dann kommt noch ein bisschen Kartoffeln dazu. So, und dann noch ein bisschen was vom Tzatziki. Das passt immer sehr, sehr gut hier zu den Kartoffelchen. So, noch ein bisschen was Grünes oben drüber. Und hier ringsherum auch noch ein klein wenig. Ein bisschen noch was Rotes. Das sind hier so ein paar Chili-Flocken. Und dann kann serviert werden. So bringe ich das jetzt auf den Tisch. Das ist ein wunderbares Essen. Schnell gemacht. Ein bisschen schärfer als normale Hähnchenkeulen. Passt aber super lecker. Ja, ich wünsche viel Spaß beim eventuellen Nachgrillen. Einen guten Appetit. Und vielleicht bis bald. Tschüss. Und ich wünsche mir Ihnen die